Kommt schon! Wer traut sich, ne? Lauf! Was zum Flick? Schöne Hits. Oh mein Gott. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit... Oh, Leak. Hi. Wir spielen heute wieder ein 1v1 Space vs. Leak bzw. Leak vs. Space. Mir geht der bessere Gewinn. Let's go. Mit oder ohne Boom? Mit Bogen natürlich. Jawoll. Ja, er nimmt es direkt aus. Junge. Junge, ich treffe die Rot einfach nicht. Lasst auch gerne nochmal in den Kommentaren ein paar Vorschläge da, mit wem ich eventuell auch noch spielen könnte. Space vs. wäre vielleicht ganz nice. Wenn ihr dann eine Idee habt, wer dabei sein könnte, haut gerne ein paar Namen raus. Oh, die Lava ist einfach da geblieben. Bei mir wurde es nicht mehr angezeigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Flick? Ah, GG. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so gespannt. Und Spaß. Oh, GG. Ich hatte kein Healing mehr, gar nichts mehr. Ja, oh, krass. Mit oder ohne FNS? Mit FNS, natürlich. Mit allem. Immer mit allem. Oh, ich würde am liebsten ohne FNS spielen, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hätte ich auch einfach mit dem Bogen geschossen. Oha. Es war so close. GG, ey. Richtig gut. Okay, weiter geht's. Ah, Mann, ey. Oh mein Gott, weg. Der Bues refillt dann auf jeden Fall am Start. Same. Okay, schön. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Oh nein. Au, au, au. Aua. Du hältst aber echt stark gegen. Knockback ist, ja, nicht vorhanden. Oh Gott, Alter. Was ein Geschwitzer. Oh, stark hältst du. Oh, lol. Wo bist du denn geflogen, Alter? Na, jetzt kommt der Damage raus. Schuhe hab ich auch, schön. So, oh, hey, ho. Einmal bitte sterben. Hä? Hä, was war das gerade? Mein Schwer war einfach komplett weggepackt, so. Und? Jetzt war's das, oder? Ja, okay. GG. Let's go. Hey, ho. Ja, moin. Wo bin ich? Wo flieg ich hin? Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Wenn du noch vieles hupst, dann war's das jetzt. Okay, GG. Dann machen wir jetzt aber noch ein Sky-Rose-Bad. Moin du, Jut. Hä? Achtung mal, der, der, der. Ja, schön. Okay, das war der Typ, der mich gekillt hat. Und der nächste bitte, Leute. Kommt schon. Wer traut sich, ne? Jawoll. GG, 6 kill. Ja, ist aber leck. Geil. Oh, ja, es leckt halt tatsächlich. Oh, der kriegt der, der holt ja, ich hab immer Pech. Job. Letzter Gegner. Bist du AFK, Junge? Mach dir keinen Unterschied, ob du AFK bist oder nicht, ne? Sterben wirst du nämlich sowieso. Tschüssi! Hi, du! Oh Gott. Der Arme. Schmeckt! Der hat meinen Kill gecleanet und er rennt in andere Leute rein. Junge, was ist los mit euch? Ein Kill. Zwei Kills. Er hat sich verbrannt mit all meinem Ecklug. Danke für nichts. Der Diamondback-Grupp? Ja! Der hat halt das Equip von meinem Gegner geklaut, den ich gekillt habe. Let's go! Skalos Battle! Schöne Hits. Oh, da ist Copp-Rap. Oh, da ist Lava. Oh, da ist League. Oh, da ist Copp-Rap. Schönes Wasser. Oh mein Gott, mein Wasser ist weg. Oh mein Gott, das war so gut. Oh, schläft, ich habe kein Wasser mehr. Uuuuuh. Na, Lokron. Good Stop. Macht das Schiff. Ja, komm mal. Oh, das ist dann. Vielen Dank fürs Mitspielen, mein lieber League. Jawohl. Und liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und schlag gerne noch einen Mitspieler vor, die ihr in diesem Format gerne sehen würdet. Gegen wen soll ich spielen? Schreibt es in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.